Was ich mache in Keldorf, ich rede nicht für die anderen, ich rede es einfach nur für mich. Was ich mache in Keldorf, ist kein Schauspiel. Die Aggression, die ich hier rumtrage und die Texte und die Musik, die ich schreibe, das ist echt, das ist kein Schauspiel. Und ich habe Mühe damit, mit Bands, die das einfach nur schauspielen, irgendwie das böse wirkt. Bei mir ist das eine Reaktion von meinem Leben. Und ich wollte das Leben nicht. Und ich wollte nicht so werden. Als meine Familie noch perfekt war, ich habe gesagt, das gibt es ja sowieso nicht. Als ich ganz klein war, war es so typisch. Und meine Eltern haben mir nur Liebe gesagt. Auf der Welt kann man nur zusammenleben mit Liebe und so. Meine ganze Jugend hat das gehört als kleiner Knopf. Ich habe das ernst genommen, blöderweise. Ich habe mich nicht zugehört und dachte, das ist so. Und bin dann in die Welt raus und habe radikal jeden Tag das andere erfahren, dass das eben nicht so ist. Dass das zwar so funktioniert, aber dass niemand das macht. Ganz im Gegenteil. Wenn du Liebe möchtest, kommst du gerade dran und es wird ausgenutzt. Und es hat sehr lange gebraucht, bis es mich dann gedreht hat. Bis ich dann auf die andere radikale Seite gegangen bin. Und nur noch mit Aggression und Verachtung reagiert habe. Und dann... Und dann...